Heute geht es wieder um Open Source Software und zwar um Simul IDE. Zweierlei Gründen ist es für uns spannend. Nummer 1, wir können elektronische Schaltungen direkt da drinnen testen und zwar plattformübergreifend. Und Punkt 2, wir können Arduino Code nicht nur hier drinnen kompilieren, sondern eben auch in unsere elektronische Schaltung simulieren und einbauen. Auf deren Webseite simulide.com sehen wir hier nochmal einen kurzen Überblick, um was es geht. Spannend eben, es ist Open Source. Auf jeden Fall nochmal kurz auf GitHub vorbeischauen und einen Stern da lassen für die tolle Arbeit. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen unter Downloads und zwar Official Versions. Dann haben wir jetzt die aktuelle Version. Die gibt es jetzt eben für Windows, für Linux, für Mac OS. Es gibt also keinerlei Ausreden. Kostet gar nichts, muss sich da glaube ich auch nicht registrieren oder halt quasi nur so eine E-Mail hinterlegen. Und dann geht es schon ab, kriegen wir die Version und können sie dann gleich nochmal für uns installieren. Hat man das Programm dann geöffnet, finden wir jetzt da links verschiedenste Auswahl von Komponenten. Und das ist schon einmal der erste spannende Punkt, weil ich kann mir da jetzt einmal schön eine Schaltung auch aufbauen. So als Dokumentationszweck her natürlich. Und da machen wir jetzt einmal folgendes, dass wir einen Funktionsgenerator uns reinziehen. Mit der Maustaste kann man natürlich reinzoomen. Dann holen wir uns eine Diode und zwar möchte ich jetzt eine Z-Diode. Rechtsklick kann man natürlich auch drehen. Dann braucht man Widerstand für unsere Last, damit wir da gleich ein praktisches Beispiel haben. Dann brauchen wir einmal Masse. Auch das haben wir und das können wir jetzt einmal verbinden. Zack, simple as it is. Und jetzt kann man ein paar Funktionen eingehen, beziehungsweise die Komponenten dann auch näher bestimmen. Als Lastwiderstand hätte ich jetzt gerne 1 Kilo Ohm. Doppelt drauf, geht schon dahin, aber nicht 100, sondern 1. Die 10er-Diode ist ja ein spannendes Bauteil, denn die hat ja eine gewisse Durchbruchsspannung. Das heißt, ab einem gewissen Wert fängt sie dann Leitnern. Und dann sage ich einfach jetzt einmal, bei 5 Volt soll das Ganze passieren. Und da ist jetzt mein Funktionsgenerator und da kann ich sagen, ich klatsche jetzt da einfach einmal ein Sinus rein. Das lasse ich jetzt einmal alles gleich. Ja, schöne Sache. Es wird da auch möglich sein, glaube ich, eine, wo haben wir denn? Festspannung, na da, Spannungsquelle. Das ist eigentlich das, was ich in dem Beispiel jetzt lieber hätte. Das breche ich jetzt da nochmal auf. Gehen wir mit der Maus rüber und den brauchen wir später. Nimm dieses Bauteil und knüpfe das jetzt da dran. Denn was ich jetzt da machen möchte, ist anklicken, rechtsklicken, Eigenschaften. Und jetzt kann ich sagen, ich hätte gern 12 Volt Maximum und kann da jetzt da drinnen herumdrehen und dann während der Schaltung die Spannung dann umstellen. Ja, that's it. Das wäre jetzt einmal eigentlich der erste Test einmal. Jetzt klicken wir da mal auf, dass die Schaltung laufen soll. Und wir haben jetzt da unseren Bereich und können da mal rumregeln. Wir sehen natürlich jetzt nichts, weil wir nichts messen. Deshalb ein Voltmeter dazu. Und wir schließen da mal vor dieser Diode und nach dieser Diode an. Klicken nochmal, dass die Schaltung weiterläuft. Und jetzt können wir das simulieren. Und jetzt gleich der spannende Effekt von der 10er Diode. Ich habe ja da 5 Volt Durchbruchspannung. Das heißt, wenn ich jetzt quasi hier drüber gebe die 5 Volt, wird dann quasi dieser Bereich hier weitergeleitet. Und wenn ich jetzt parallel irgendwelche Komponenten hätte, könnte ich die damit quasi dann auch gleich als Überspannung absichern. Das ist natürlich nur suboptimal, weil natürlich hier der Lastwiderstand da belastet wird. Und wir erzeugen natürlich da wieder grundlos hier gewisse Wärme. Aber nur mal so zum Prinzip. Funktioniert also dadellos und einfach. Und man hat in diesem Format auch gleich seine Schaltung mitdokumentiert. Nächstes Feature, was wirklich auch sehr spannend ist, ist, dass wir hier auch ein Oszilloskop haben. Und wenn ich jetzt da den Funktionsgenerator mal einfach direkt drauf verbinde, da haben wir ein Sinus. Ich sage nochmal mal, bitte starten. Starte den Funktionsgenerator, klicke hier auf Aufklappen. Dann habe ich da jetzt noch die Möglichkeit, wie wir das normalerweise kennen, hier verschiedenste Einstellungen in dem Oszilloskop zu machen. Das ist vielleicht hilfreich, wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, hey, was passt denn an meiner Schaltung nicht? Dass ich immer schnell umjustieren kann. Widerstandswerte austauschen. Beim Operationsverstärker, Verstärkungen zum Beispiel, adaptieren. All diese Dinge lassen sich oft dann hier drinnen schneller darstellen. Wir haben sogar einen Trigger-Level, was wir uns anschauen können. Wir können verschiedene Kanäle ein- und ausschalten. Also, wie gesagt, sehr umfangreich für unsere kleinen Schaltungen, nicht nur zum Dokumentieren, sondern auch wirklich zum Simulieren. Viele von euch kennen natürlich Walkfi. Und gerade im Zusammenhang mit der Entwicklung und Simulierung ist das natürlich ein tolles Tool. Kann man genauso verwenden, wie ich das jetzt gleich hier vorstelle. Nur, das ist halt alles online. Das heißt, man gibt seinen Code wieder aus der Hand. Und oft ist es so, dass umso komplexer der Code wird, die Kompilierungszeit dann auch länger dauert. Hier gibt es natürlich noch wieder Premium-Zugänge. Aber das ist einmal eine Variante, die man sich einmal anschauen kann. Aber wie gesagt, es ist halt online. Und ich finde das Spannende an Simul IDE, dass es eben offline ist. Und das schauen wir uns jetzt an, wie wir das installieren. Teil 2. Jetzt geht es darum, dass wir uns den Arduino simulieren. Dazu öffnen wir ein neues Projekt. Und wir haben in unserer Komponentenauswahl, wo bin ich, sollten wir auch da. Unter Mikrocontroller gibt es den AT-Diny noch ältere. Und unter AT-Mega finden wir verschiedene Megas. Und unter Arduino haben wir den Uno. Wir zoomen ein bisschen rein. Das schaut doch schon einmal sehr vernünftig aus. Jetzt machen wir doch eine ganz einfache Schaltung mit LEDs. Da habe ich eine LED doppelt drauf. Kann ich sogar die Farbe angeben. Dann holen wir uns eine zweite LED. Orange. Und dann verbinden wir mal zum Beispiel mit 9 und mit 8. Und dann gehen wir da rüber von Ground. Und wie immer ohne Vorwiderstand. Das Leben ist zu kurz für Vorwiderstände für LEDs. In Test-Schaltungen natürlich nur. Und that's it. Das heißt, das war jetzt einmal unsere brutale Schaltung. Das müssen wir jetzt einmal abspeichern. Dazu müssen wir hier auf Schaltung speichern klicken. Es öffnet sich das Dialogfenster und dann speichern wir das ab. Jetzt haben wir da auf der rechten Seite noch die Möglichkeit, hier den Arduino-Code einzugehen. Den können wir jetzt einfach direkt eingeben. Oder wir laden uns einfach eine Inno-Datei rein, die wir schon einmal angelegt haben. Dann machen wir hier das brutale Beispiel mit LED1 und LED2 als Pin-Mode-Output und lassen das ein bisschen hier quasi auf- und ableuchten. Das Ganze muss jetzt also als Inno gespeichert werden. Und das ist eine Simul IDE-Datei. Das ist also wichtig. Schritt 1, damit jetzt der Simul ist, dass wir die Arduino-Logik da auch integrieren können, ist, dass wir hier unter Einstellungen gehen. Und da gibt es jetzt auch eine extra Seite, Quick-Start-Guide. Da gehe ich nochmal rauf, wie man hier diesen Inhalt dann reinkriegt. Da ist das nochmal alles beschrieben. Und zwar wird einmal mit der älteren Variante davon ausgegangen, mit der 1.8. Die wird man wahrscheinlich sowieso installiert haben. Für die Ubuntu- und Debian-Leute da noch ein bisschen was dazu installieren. Kann man sich einfach copy- und pasten. Die Schaltung haben wir schon angelegt. Und was wir jetzt machen müssen ist, switchen wir runter, wir müssen den Compiler-Pfad angeben. Und der ist wahrscheinlich bei euch unter Windows, irgendwo unter eurem Benutzer, Arduino 1.8. Und da gibt man den Pfad ein für die Exe, zum Beispiel von der Arduino-Datei. Und dann werden auch die Libraries gefragt. Der zweite Ordner, der ist dann auch direkt da drinnen. Bei mir schaut es wie folgt aus. Ich klicke mal drauf. Compiler-Einstellungen. Bei mir ist das unter User-Bin Arduino 1.8. Und da sind die Libraries drin. Also es ist kein App-Image, sondern direkt da installiert. Und wenn wir das dann eingeben, steht da drunter dann auch, okay, die Version ist gefunden. Machen wir wieder zu. Und das passt alles. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung. Ja, wenn das soweit funktioniert, wichtig, alles nochmal schließen. Und dann wieder öffnen. Wenn man das nicht macht, gibt es immer wieder einen Fehler. Also, nochmal zumachen, aufmachen. Alles reinladen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier herinnen diesen Arduino-Compiler zu verwenden. Da gibt es nochmal eine Fehlermeldung als Warning. Völlig egal. Hier sehen wir aber, okay, die Kompilierung funktioniert dadellos. Und dann haben wir die Möglichkeit, diesen Inhalt auch raufzuladen auf unser Arduino Uno jetzt quasi da. Und man sieht jetzt schon, okay, das hat funktioniert, wo diese Hex-Datei auch ist, wo sie bei mir abgelegt ist. Und da sehen wir dann links auch noch, dass es jetzt raufgeladen worden ist. Dann können wir da mal auf Aktualisieren bzw. Einschalten klicken. Und jetzt wird da unser Code ausgeführt. Und man sieht schon, da blinkt was. Die GPIOs reagieren. Und wir sind doch schon mal glücklich. Eine weitere sehr feine Eigenschaft ist auch noch, dass wir zum Beispiel hergehen können, Zero Begin starten. Und jetzt habe ich da noch LED 1 und LED 2 angeben. Nochmal raufladen, starten. Und wir haben dann mit Rechtsklick die Möglichkeit, hier Serial Monitor öffnen. Und kriegen dann da auch die Ausgabe. Jetzt ist natürlich die Frage, warum brauche ich das? Ich finde es sehr, sehr spannend, weil man hier Logiken nochmal schnell testen kann. Und das Ganze offline auch hier mal isoliert betrachten kann, wenn man irgendein Problem mit Filtern oder sonstigen Logiken innerhalb vom Arduino Environment hat. Dann quasi einmal rein damit den Code und einmal ausführen lassen, um zu schauen, wie verhaltet sich denn jetzt mein Code und warum funktioniert er denn so, wie ich das gerne möchte. Das ist gerade, wenn man so in der Entwicklungsphase schnell was umstellen möchte, anderen GPIO etc., dann läuft man auch nicht die Gefahr, dass man gewisse Komponenten sich dann kaputt macht, sondern einfach einmal isoliert hier testen kann.